Das LTI, das Neptun Beach, ist halt auch mitten in der Partymeine. Wenn einer ein wenig Party machen will und ein bisschen hochwertiges Hotel, würde ich auf jeden Fall das LTI. Das sieht super schön aus von der Anlage her. Schöne Pudellandschaft und hier um die Ecke sind die Bars, die Diskotheken, die Restaurants. Vielen Dank.